Die nachfolgende Scheiße ist Satire. Satire ist Kunst. Die nachfolgende Scheiße ist das. Es wird Spaß heute Abend. Ihr habt gerichtet, es ist viel. Weiß ich nicht, was ist das Party, bitte schon. Und hier ist... Ich hasse das. Es war Spaß heute Abend. Also ich heirate nicht morgen, sondern... Ich meinte heute Abend, sondern eine Frau. Und die... Ja. Und die Frau bin ich schon seit Jahren verliebt, aber die ist nicht in mich. Ich hasse die. Yes. Aber die ich lieb, weil die mich jetzt eingeladen hat. Aber ja, ich hau den Mann, dann glaube ich, um oder so. So, dann ist die mich verliebt. Also, nein, weiß ich nicht. Und dann... Bis heute Abend. Tschüss. Und ich darf noch ein bisschen... Ach, ich hol mir jetzt mein Hemd. Ah, das ist ein schickiges Hemd für heute Abend. Biss du mich mir jetzt. Ah, bin ich ein Idiot. Ich muss mich noch kurz ins Badezimmer fertig machen. Oh, mein Gott, was ist denn? Ich kann mich nicht sehen. Scheiße. Dann kann der Arsch bei dem Bräutiger mir die Brille nicht kaputt haben, weil das ich hab ich schon erlebt. Ich hasse das. Das ist nicht so, ne? Pass auf. Der Filly macht sich fertig für die Hochzeit. Und ich hab den auf eine Hochzeit geschickt, damit er mal so richtig die Braut verprügeln tut. Richtig. Das ist so, das gehört sich so. Ich will jetzt rüber nach oben, meine Freunde. So, Aufnahme starten. Und... Klappe, Moment, so. So. Und? Gehst du jetzt auf die Hochzeit? Ja. Das ist gut. Äh, hallo! Ich saug einfach mal ein bisschen. Oh. Äh, da ist doch mein Daumen drin. Ich blute. Hallo, ich rauch mal ein bisschen. Ähm, ja, die Frau, meine Freundin, wer wird geschlachtet werden? Du? Kannst du mal deine Kappe halten? Ja. So, ähm, ähm, ähm... Willst du mich nachdenken? 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 Ach, dich zu verteidigen, Junge! Und du auch! Warte, ich schief die Sorte! Willst du mich nachdenken? Ja, ambigu! Wuh-oh-oh! Wuh-uh-uh! Was ist das? Was ist denn da? Ja, da war es. Okay, das war das. Du schenker! Hallo? Hä? Wir haben nur die Staffel. Ja. Ländermesser? Nichts, nicht? Ich kenne dich auch mal so gut aus. Du hast doch nicht vergessen, was du machen wolltest. Warte. Hey Junge! Wow! Das ist ein ganzes Ding! Du musst ihn nicht mehr machen. 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 Hallo, wie geht's dir? Hallo? Hallo! Doku! Doku! Trüff! Wache! Hallo! Hallo! Schiff? Hä, wie so schiffst du so? Das ist doch wie zu fragen! Jo, Junge! Viel Zeit! Schau dir mal abhauen! Schau! Mal auch sein! Schiff, schiff, schiff Schiff, schiff Schiff Ich hab's nicht gescheidet. Kann ich sie sterben? Kann ich sie sterben? Klar! Oh! Macht ihr überhaupt mein Geschenk hier? Fängt ihr doch nicht fertig! Herr Maas! Es ist wieder braut, Junge! Pika! 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 Naja, Gehe Lama! Einen. Oh no! Hier ist doch gut alt! Das ist doch schön gut! Oh no, yeah! Oh! 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 Ah! Oh no! Oh no! Oh, wie ist das hier rein? Wie ist das hier so? Oh no! Oh! Das ist so schön! Wow! Willst du? Ja! Oh, das macht noch nicht so viel! Danke! Ich würde das nicht laufen! Bluchstau raus! H users die chh 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 Oh nyse! maybe die chra Der Kopf! Du bist kein... Du bist kein... Du bist kein... Ich will doch mal in der Masse bleiben. Ich will doch mal in der Masse bleiben. Ah! Oh Gott! Feuer? Was? Hahahaha! 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 Komm, sie mal in die Masse! Los! Hahahaha! Komm! Mach dich gerade hin! Hahahaha! 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 Ein Baby! Es ist der schönste Tag ihres Lebens. Los! Hahahaha! 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 Ich geh in die Sichtbaren! Sie wirst von dir die Mann von Ihnen fliegen! Hahahaha! Nein! Ich kann schon mal lernen, was ich in 20 Jahren hier auf dem Super füge. Ja, was... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn bei mir? Was geht denn dann raus? Die sieht toll aus. Hand! Willst du kämpfen? Kippst du gegen deine Frau? Das soll zu kürz sein. Das ist Kloritas. Okay, die Zeit ist um, meine Freunde. Ich mach die Kontrollen noch einmal zusammen und ich verprügelt dich so, wie du die Braut verprügelt hast. Das ist mein Fazit zu dem Spiel Drunken Bar Fight. Es ist einfach nur Schwachsinn. Ich glaube, es ist das Geld nicht wirklich wert. Ihr solltet vielleicht darauf verzichten, dieses Spiel zu kaufen, denn es macht es auch nicht den Eindruck, als wäre es irgendwie vernünftig programmiert. Die KI ist strutzdoof, die Physik ist irgendwie auch ein bisschen kaputt und die Braut ist jetzt völlig zerstört. Ziel erreicht. Wiedersehen. Ich hab einfach gespiss. Ich hab einfach gespiss. Ich hab einfach gespiss. Abonnieren, Desperate Studios. Abonnieren, Desperate Studios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.